Vor ein paar Jahren hatten wir die Idee einen besonderen Ruheraum zu bauen und wir wollten nicht ganz was normales bauen. Dann haben wir die Idee gehabt ein Baumhaus zu kreieren. So ist es dann geworden. Es hat zuerst verschiedene Pläne gegeben von kleinen Häuschen. Schlussendlich ist dann dieser wunderschöne Rundbau geworden, wo man nach außen hin überall einen tollen Ausblick hat. Besonders wichtig war uns, dass das schön integriert wird in die restliche Hotelanlage. Und man wirklich das Gefühl hat, wenn man dann hier liegt und da rausschaut, dass wie wenn man in den Baumwipfeln irgendwo liegen würde und sich ganz toll entspannen kann. Es gibt dann verschiedenste Arten von Liegen. Ob es hier das Nest ist oder die Schwebeliegen. Ist eigentlich für jeden Typ was dabei und da kann sich wirklich jeder entspannen. Ist jeden Tag ab 10 Uhr geöffnet. Also da kann man sich wirklich einige Stunden gut aufhalten. Und wenn die Gäste rüberkommen ins Hotel und sagen, ach jetzt habe ich da drüben mal eingeschlafen, dann sage ich ja. Wenn es nichts Schlimmeres ist, dann ist die Entspannung völlig da. Und dann sind wir natürlich auch sehr zufrieden und ganz stolz, dass uns das so gelungen ist.